es ist so um die die drei muss man betragen das war zu neuen ein starten das scheiß jetzt mal auf die polizei weil ich will den jetzt noch in dem Partier fertig gegen 3 14 München zu schlagen und dann so jetzt ich brauche gar nicht Handbremse oder irgendeinen Müll rein zu drücken hier kommt man überall so rum und ich glaube da braucht man auch eine Weile bis man so ein Gefühl bekommen hat für das Auto ja das war definitiv nicht schlecht also 7,8 Kilometer ist auf jeden Fall Schacht oder Nagelwand verdammt ist er schon wieder vor mir glaube es nicht so jetzt mal gucken wo er durchfährt natürlich voll so da bin ich wieder erster ne 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 wir fahren hier um 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 most wanted verstehst du da 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 gibt du eine lustige Liste die hängt bei mir zu Hause im Kühlschrank so jetzt schön abbremsen naja alter auf jeden Fall mal viel besser als das euch da vorhin abgezogen hat wir haben eine Einheit verloren so jetzt reicht es mir aber Kontrollpunkt ja nein 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 ich glaube nicht nur ich ich weiß was so jetzt das mal gucken wie es hier jetzt so läuft ja man weiß gar nicht wie ich da die Handbremse überhaupt gebraucht hätte manchmal drifte das Auto ja selber so naja oh zum Glück blinken die Nagelbände auch immer so schön so hier will ich durch alter will ich so nicht jetzt verarschen jetzt denke ich mir hey probierst du hier ein bisschen vorsichtig rumzufahren um was passiert er zieht halt vorbei alter hm leck mich was war das alter nee neuer versuch gibt es doch gar nicht wieso jedes mal knapp vorm ende was sauis aber immer so knapp auch man so und jetzt ein schwarzes Auto stimmt ich soll nur an der Farbe alter also schlechter konnte man gar nicht um die Kurve fahren achtet mal schön auf euer Tempo ja würde ich auch ja fahren ist da gebannt also hier bin ich jetzt auf jeden Fall besser umgekommen als vorhin so so da ist die Straßensperre jetzt bin ich auch mal mehr in der Innenkurve vorbeigefahren weil alles alles kostet Zeit ist oh Gott das hat ja mal mehr als schlecht Situation aktualisiert welche Situation so hier muss ich raus meine Ausfahrt so besser rumkommen ist nicht möglich ja ihn hat es rumgedreht das ist ja das ist ja wer sagt mal erfreulich 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 ist ein schönes Wort also ja genau so 3,6 Kilometer noch jetzt gib mal Gas ja vorhin war ich vor ihm an der Stelle hier muss ich mal gucken dass er mit Nitro immer schön aus der Kurve raus beschleunigen kann weil dann das ist eigentlich am besten Nitro Brenner pro freigeschaltet das ist ja eigentlich dann mal richtig nice so jetzt 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 lass mal hier muss man lang ach ja achtet mal wieder auf euer Tempo nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn knapper ging es euch nicht top 3 platzierung ja also wenn man hier nicht unter die top 3 kommt dann ist mal echt ein bisschen so jetzt crashy für seinen wagen in der fluchtfall jetzt zieht er mir da davon wie sohn ne du entkommst mir nicht so jetzt mal gucken wagen shelby war das glaube ich das auto ist schon richtig scheiße aber passt schon nitrobrenner oh habe ich sonst was freigeschalten chassis leichtbau okay naja weiter im beck des haare erledigt die rennen sind so ultra schwer irgendwie geht es ja schließend darum die blacklist fahrer richtig zu vermöbeln der neue nitrobrenner zieht auch ordentlich auch wunderschöner trifft hier oh nö ja oh leid ich habe ja schon freigeschalten wechselstand 25 von 123 okay da bräuchte ich nie definitiv noch welche und was soll doch machen wenn man welche braucht genau man sucht einfach welche oh fuck das war mal wieder gekonnt ja hier konnte ich rein hier bin ich rein welches auto doch immer sowas jemals überleben kann ich weiß was wenn ich schon hier bin kann ich aber ein anderes auto schnappen so geht mal her ariel die beschleunigung bei dem ist einfach nur krank so stimmt ich habe noch kein nitro ja jedes auto hätte ich überlebt aber nicht der komische formel 1 wagen hier ja ganz ehrlich der zieht schon ganz schön was weg muss man sagen nein da ist die polizei die kriegt uns aber niemals ich weiß ich weiß wie schnell das gute stück hier fahren kann oh ja auf jeden fall sehr schnell sehr schnell tot meint ich natürlich und was hat was hat was hat das denn was hat das denn ich glaube das spoiler bringt es wirklich nicht mehr aber ne 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 die drive wagen da nehme ich dann lieber mal den lamborghini zum wagen springe so ach puh ich weiß gar nicht gibt es eigentlich noch einen anderen lamborghini so als wie einen besseren oder so who knows who cares hier waren wir glaube ich schon tausend mal oh nein dann war das zufällig dann auch durch deswegen heißt komisch abgebremst nicht wirklich ja was war hier drin genau der komische da der komische wagen kommt der blitzer naja und ich glaube mit diesem crash beende ich den Part auch ah nein da da will ich noch drüber springen definitiv was steht denn da wiskurl games so Leute bis zum nächsten mal ciao